Herzlich willkommen zu Part 3 aus der Videoserie vom Fotografieren bis zum fertigen Bild an der Wand. Und dieses Video wird wieder unterstützt von SaalDigital. Checkt auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung den ersten Link aus, denn ihr könnt natürlich auch noch etwas profitieren. Bei verschiedenen Bestellwerten bekommt ihr verschiedene große Rabatte, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr eure Bilder an die Wand bringen wollt, wenn ihr ein Fotobuch machen wollt oder vieles mehr. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an SaalDigital für die Unterstützung und heute geht es im dritten Teil darum, dass wir unser Bild für den Druck vorbereiten, dass wir es dann tatsächlich auch drucken lassen und auch an die Wand hängen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und bereiten unser Bild vor. Das ist jetzt das Foto, was ich letztes Mal in Lightroom und Photoshop bearbeitet habe. Wir sind jetzt hier wieder in Lightroom drin und ich möchte dieses Foto jetzt noch ein kleines bisschen optimieren, bevor ich das Ganze in den Druck gebe. Und da schauen wir uns das Ganze doch einfach mal auf der Seite von SaalDigital an. Hier gibt es verschiedene Fotoprodukte, die ich erwerben kann und dazu muss ich dann einfach nur mein Bild online hochladen. Ich möchte in dem Fall mir ein Wandbild erstellen. Das heißt, ich möchte mein Bild groß an die Wand bringen. Und unter Wandbilder sieht man jetzt hier nochmal verschiedene Varianten, was man machen kann. Zum Beispiel auf einem Alu-Di-Bond kann ich das Ganze drucken. Ich kann das Ganze hinter Acrylglas drucken. Ich habe die Möglichkeit, auf einer Hartschaumplatte zu drucken und vieles mehr. Tatsächlich drucke ich sehr gerne auf Alu-Di-Bond. Acrylglas, dahinter spiegelt sich das Ganze immer noch ein bisschen. Je nachdem, wie der Lichteinfall ist dort, wo du das Ganze aufhängst, könnte es natürlich sein, dass du sehr viele Spiegelungen dann auf diesem Acrylglas hast. Das hat man beim Alu-Di-Bond eher weniger. Deswegen bin ich ein großer Freund vom Alu-Di-Bond, aber das ist natürlich persönlicher Geschmack. Ich persönlich werde jetzt aber auf jeden Fall mir ein Bild auf Alu-Di-Bond bestellen. Und jetzt sieht man hier auch schon, wie das Ganze an der Wand aussehen könnte. Jetzt scrolle ich hier mal weiter nach unten. Wir können also jetzt direkt hier auch mit dem Gestalten loslegen. Das bedeutet, wir können unser Bild gleich hochladen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte hier drunter erstmal noch darauf aufmerksam machen, dass wir nämlich auch noch die Möglichkeit haben, mit Bilderrahmen zu arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Mit einer sogenannten Schattenfuge, mit einem Schattenfugenrahmen kann man hier arbeiten. Das Ganze kostet dadurch natürlich noch mal ein bisschen mehr, aber es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und das möchte ich auch in meinem Fall jetzt hier machen. Ich bin ein Freund von schwarzem Schattenfugenrahmen. In der Mitte ist, wie gesagt, das Alu-Di-Bond-Bild. Und wir haben hier so eine leichte Kante drin, wo wir quasi diese Schattenfuge haben, bevor der Rahmen dann anfängt. Sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und das möchte ich jetzt gleich bestellen. Dafür werde ich jetzt aber mal noch weiter nach unten scrollen. Man hat hier nämlich die Möglichkeit, entweder über einen Online-Designer, über eine Desktop-Software oder über die mobile App das Ganze zu bestellen. Und wenn ich noch weiter nach unten gehe, dann siehst du hier im Profi-Bereich dann auch noch mal die Möglichkeit, da gehe ich jetzt hier einfach mal drauf, mit Farbmanagement zu arbeiten. Wir können uns hier also ICC-Profile herunterladen. Das sind einfach noch mal kleine Dateien, die wir gleich in Photoshop einbinden können, damit wir genau sehen können, wie das Ganze ausgedruckt aussieht. Wir können also simulieren, auf was für einem Untergrund das Ganze gedruckt wird. Und je nachdem könnte es natürlich sein, dass wir noch etwas mehr Kontrast in dem Bild brauchen, dass das ganze Bild noch etwas heller gemacht werden muss. Weil du musst immer bedenken, wir sind jetzt hier gerade an einem Bildschirm, der wird von hinten beleuchtet, später auf Alu-Di-Bond. Das wird natürlich nicht beleuchtet. Könnte also sein, dass das Ganze auf dem Bildschirm etwas anders aussieht, als auf dem gedruckten Alu-Di-Bond. Und dafür kann man sich ICC-Profile herunterladen, um das Ganze mit einem Softproof zu simulieren, wie das Ganze dann aussieht. Und wir können jetzt hier mal runterscrollen. Hier gibt es jetzt verschiedene ICC-Profile. Hier wird das alles auch noch mal genau erklärt, wofür das eigentlich da ist, was ein ICC-Profil ist und so weiter. Das kannst du dir auch noch mal in Ruhe durchlesen. Den Link dazu packe ich unten unter das Video. Und wenn ich jetzt hier weiter nach unten scrolle, dann kommen wir hier auch zu den Wandbildern. Und hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit Fotos aus Metallic-Verbund. Wir können Acrylglas, wir haben Alu-Verbund gebürstet. Und ich möchte jetzt hier Fotos aus Metallic-Alu-Verbund nehmen. Also das ist quasi mein Alu-Di-Bond, was ich jetzt hier dann für den Druck verwenden möchte. Da wird es auch noch mal beschrieben, welche Eigenschaften das Ganze hier hat, wie schwer das ist, wie dick das ist und so weiter. Und hier unten haben wir das sogenannte ICC-Profil. Das können wir jetzt hier einmal herunterladen. Und dann haben wir hier eine ZIP-Datei. Und diese ZIP-Datei können wir jetzt gleich entpacken. Und hier ist dann eine ICC-Profil-Datei drin. Saal-Digital, Alu-Di-Bond heißt sie. Die können wir uns jetzt hier einmal kopieren. Und jetzt, wenn du Apple-User bist, kannst du einfach auf Gehe zu, Library gehen und dann einmal auf den Ordner Color Sync, Profiles. Und hier habe ich jetzt meine Farbprofile drin. Hier habe ich mir auch schon einmal das Saal-Digital, Alu-Di-Bond hinein kopiert. Das kannst du jetzt genauso dann machen. Und wenn wir jetzt einmal in Photoshop gehen, und da habe ich jetzt auch dieses Bild hier schon einmal geöffnet, da kann ich jetzt hier oben einmal auf Ansicht gehen, Proof einrichten, Benutzer definiert. Jetzt öffnet sich hier ein neues Bedienfeld. Und wir können jetzt hier direkt einstellen, zu simulieren das Gerät. Und dort ist dann auch unser Saal-Digital, Alu-Di-Bond.ICC drin. Das Ganze kann ich jetzt hier einmal einstellen. Mache jetzt hier auch einmal das Ganze auf Vorschau. Kann dir ja den Haken auch nochmal rausnehmen. Und jetzt siehst du hier unten auch gleich nochmal in den dunkleren Bereichen, dass diese etwas heller werden. Bedeutet, wir müssen jetzt hier dann nochmal etwas mehr Kontrast in den Tiefen, in den Schwarztönen mit reingeben, damit diese dann auch wirklich schwarz abgebildet werden. Ich klicke jetzt hier einmal auf OK. Und jetzt ist das Ganze hier wie gesagt ein bisschen heller. Was wir jetzt machen können, zum Beispiel hier einmal auf Korrekturen gehen, eine Gradationskurve mit reinbringen und die schiebe ich jetzt hier einfach in den dunklen Bereichen so ein kleines bisschen weiter nach rechts und baue damit Kontrast in den Tiefen hier nochmal auf. Und das Ganze wird jetzt hier so simuliert, wie das Ganze dann auch ausgedruckt aussieht. Ich könnte das Ganze jetzt hier auch noch ein kleines bisschen heller machen, in den Mitteltönen. Ja, und so sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Also so würde es ohne aussehen. So sieht es jetzt mit Korrektur aus. Ist eine Kleinigkeit. Man sollte nicht zu viel machen, aber man kann das Ganze dadurch sehr gut simulieren und man hat dann auch wirklich tiefschwarze Bereiche hier noch mit drin. Das gefällt mir gut. Und jetzt können wir das Ganze dann auch entsprechend abspeichern. Wir können uns das Ganze jetzt hier auf Saal Digital auch nochmal angucken. Hier können wir auf Bildbearbeitung gehen, Auflösung, Farbraum und Dateiformate. Vom Farbraum wird zum Beispiel gesagt, dass man mit sRGB, Adobe RGB oder Profoto RGB arbeiten kann. Also da haben wir die volle Auswahl. Bei der Auflösung ist es vor allem wichtig, dass wir mit 300 dpi arbeiten, damit wir keine Pixel in dem Bild bekommen. Und viel mehr müssen wir da jetzt eigentlich gar nicht machen. Ansonsten die Dateiformate, die unterstützt werden. Hier JPEG, PNG, auch TIFF, 8-Bit-TIFF werden unterstützt. Ich würde das Ganze jetzt einfach der Einfachheit halber als JPEG abspeichern in der größtmöglichen Größe. Maximal 200 MB darf die Datei groß sein. Also ich denke mal, das passt hier auch sehr, sehr gut. Und jetzt können wir hier wieder in Photoshop reingehen. Ich speichere das Ganze jetzt hier einfach mal ab. Und jetzt haben wir das Ganze hier wieder in Lightroom drin. Ich kann hier einmal auf Exportieren gehen. Und dann stellen wir das Ganze jetzt genauso ein, wie wir es brauchen. Nämlich, ich speichere das einmal auf dem Schreibtisch als JPEG mit dem Farbraum Profoto RGB zum Beispiel. Dann haben wir einen sehr großen Farbraum, Qualität 100. Und jetzt können wir das Ganze hier genauso in der Auflösung lassen. Also in der größtmöglichen Auflösung. Ich möchte das nicht kleiner machen. Nur hier die Auflösung stellen wir von 72 auf 300 Pixel pro Zoll ein. Und ansonsten lasse ich das alles so und klicke jetzt hier einmal auf Exportieren. Und schon habe ich hier mein fertiges Ergebnis. Das können wir jetzt einmal bei Saal Digital hochladen. Dafür gehe ich wieder auf die Webseite, auf die Wandbilder hier, Alu Verbund und sage jetzt einmal Gestalten und Kaufen. Und jetzt können wir uns als erstes hier mal aussuchen, möchte ich ein Querformat oder ein Hochformat haben. In meinem Fall ist es natürlich ein Querformat. Ich möchte das Ganze auf 120 mal 80 Zentimeter drucken. Also sehr, sehr groß. Das Druckverfahren lasse ich hier auf HD. Also das kann man hier auch noch auf Standard lassen. Aber ich möchte natürlich das bestmögliche Druckverfahren haben. Das lasse ich hier also auf HD. Und jetzt geht es hier noch um die Aufhängung und um den Rahmen. Da kann ich hier auch einmal das aufmachen und möchte jetzt hier Schattenfuge schwarz haben. Das heißt, ich habe hier wirklich einen richtig schönen Schattenfugenrahmen in schwarz einmal drumherum. Das Ganze kostet 304 Euro, also fast 305 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber das Bild ist auch sehr, sehr groß. Und es wird richtig toll wirken an der Wand. Man kann es natürlich auch in kleiner machen. Man muss jetzt auch keinen Schattenfugenrahmen drumherum machen, wenn der Geldbeutel das nicht zulässt. In meinem Fall möchte ich mir das jetzt hier mal gönnen und sage einmal gestalten. Und was ich jetzt mache, ist einfach die JPEG-Datei, die ich gerade eben noch erstellt habe, jetzt einmal hier hochzuladen. Jetzt kann ich hier einmal draufklicken, mein Gerät. Und schon habe ich das Bild hier einmal hochgeladen und kann es jetzt hier einmal hineinziehen. Wir könnten jetzt hier noch Text hinzufügen oder mehrere Bilder und so weiter. Aber ich möchte, dass das einfach wirklich randlos ist. Und dann kann ich sagen, Artikel dem Warenkorb hinzufügen. Jetzt haben wir das Ganze einmal auf Alu-Verbund hier drin. Ich sage weiter zum Warenkorb und kann jetzt hier zur Kasse gehen, meine Sachen eingeben. Und dann hoffe ich, dass das Bild schon bald bei mir ist. Nach der Bestellung hat es tatsächlich auch nur wenige Tage gedauert, bis das Paket bei mir angekommen ist. Und ich muss sagen, perfekt verpackt. So stelle ich mir das vor und so soll auch ein Foto ankommen, nämlich komplett unbeschädigt. Der Rahmen der Schattenfuge gefällt mir extrem gut. Dadurch wirkt das Bild nochmal viel imposanter. Und ich habe auch wirklich ganz genau auf die Details geachtet. Das Bild ist sehr hochauflösend und dadurch haben wir auch eine extrem gute Druckqualität. Hier hängt das Bild fertig an der Wand. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und überlege, wo ich angefangen habe, wie ich schwitzend auf diesem Berg stand und jetzt das fertige Foto an der Wand habe, das ist dieser Prozess, von dem ich geredet habe, den ich besonders gerne mag. Jetzt hängt unser Bild fertig an der Wand. Ich freue mich mega darüber. Und wenn man jetzt diese ganze Reise nochmal betrachtet, wo wir angefangen haben, wo ich in Italien war, wo das Wetter wirklich sehr unwillständig war. Und am Ende hängt jetzt dieses Bild auf 1,20 x 80 cm an der Wand. Richtig, richtig cool. Und genau so wünsche ich mir das für dich persönlich auch. Gehe jetzt also raus. Fang an zu fotografieren. Bearbeite deine Bilder und hänge sie am Ende auch an der Wand auf. Denn das ist das Beste, was du machen kannst. Denn dann hast du wirklich das Erlebnis, was du dort vor Ort hattest, auch richtig an der Wand hängen. Du erinnerst dich immer wieder daran. Und das kann ich dir nur empfehlen, weil das macht am Ende die Fotografie aus. Nicht irgendwo auf der Festplatte die Bilder verstauben lassen, sondern groß an die Wand bringen. Viel Spaß. Nicht irgendwo auf der Festplatte die Fotografie aus.